Du, äh, ich hab tatsächlich ohne Flachs, ich habe einen Schlüssel geschenkt bekommen für Nintendo Online. Also ich könnte jetzt, wenn ihr noch wollt, Mario Party. Soll ich jetzt schnell das einrichten, oder wie? Ja, das, also würde ja nicht schaden. Ey, ich f*** euch beide so hart in Mario Party. Nicht nur in Mario Party. Kaya, bist du bereit? Der Code ist eingelöst. Wey. So, ich bin da. Alter, ich z*** euch so ab. Es funzt. Ich glaub's nicht. An der Stelle erst mal eine Anmeldation. Willkommen bei Mario Party. Heute mit Kaya und mit Rezo. So, ich nehm die. Oh, boah, die ist aber, boah, die ist aber pretty hier. Wir können auch, wir können auch, äh, die drei Girls nehmen. Nee, ich bin der, ich bin der, ich bin der Goomba. Alter, ich f*** euch so hardcore jetzt. Ich bin Monty Maulwurf. Jetzt wählt was aus. Alter, ich kann mich nie entscheiden. Das ist so schwierig, ne? Weil, weil Jules mich wahnsinnig macht. Alter, sind wir bei den Films, oder? Was braucht ihr jetzt so eine halbe Stunde, um euren Charakter auszuwählen? Ja. Den Baller will ich nicht. Junge. Ich kann mich nicht entscheiden. Welchen nimmst du? Ey. Ich nehm Kopa. Ah, den würde ich nehmen. Kopa? Kopa? Ich nehm Buhu, Buhu, da. Da ist Gnu. Ist das? Ah, ist Gnu doch am Start? Nee. Ein Brett. Ich hab das Spiel noch nie gespielt, ne? Wir alle nicht. Muss ich irgendwas machen? Ey, nee, du musst doch gucken bei diesem Spiel. Skip. Ey, wieso kann ich denn das Spiel nicht lauter machen? Hallo, willkommen bei diesem formidablen Abenteuer. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Nein. Ach, ich. Wie sieht es mit den Regeln aus? Ja. Sollen wir die Regeln durchgehen? Nein. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Jetzt musst du würfeln. Jetzt musst du den Controller einmal hoch machen. Oh. Ich hab die Sacks. Klaus? Ah. Den Controller hoch. Jetzt kann ich den Ton auflaufen. Was soll der mit uns machen im Spiel? Das ist alles selbst erklärt. Ich erklär es dir alles. Er wollte uns im Spiel. Was wollte er mit uns im Spiel? Klaus, mach, Rezo, mach die. Du musst den Controller noch hoch. Also, ich muss kurz lauter machen. Chat ist jetzt besser. Rezo ist Klaus. Chat ist jetzt lauter. Ist jetzt der Ton besser? Bei mir ist Sound alles gut. Ton ist laggy. Ich bin schon wieder der Letzte. Ich hab das Spiel gerade angefangen, bin schon wieder der Letzte. Ey, das gibt's ja gar nicht. Als Startkapital bekommt jeder fünf Münzen geschenkt. Zehn brauchen wir, by the way, für einen Stern. Brrrrring. Mein Mike legt. What the fuck. Bisschen laut, das Game. Brees. Ist es so besser? Bonus für euch gut, oder, Leute? Ich hab alles für mich nice. Abgehackt? Wieso bin ich abgehackt? Minecraft kommt am Sonntag, Freunde. Sammle genügend Münzen und komm dann zu diesem Feld. Baby. Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird. Oh, das wird spannend. Dann mal los. Shit. Ist es jetzt besser? Ja. Buhu ist am Zug. Okay, Geist. Dann haben die jetzt aber den Ton nicht so laut. Ist das okay? Ist das... Weil ich weiß nicht, wie ich den Ton jetzt lauter mache. Bruder. Buhu ist ja der größte Crap. Passt das vom Ton von der Lautstärke so? Ja, das ist so wie Pummelpuffparty. Hast du es noch nie gespielt, Kaya? Doch, Pummelparty schon. Nein, ich meine, hast du noch nie in deinem Leben Mario Party gespielt? Jetzt egal, ob auf der Switch oder auf dem N64 oder whatever. Ich habe eine andere Version von Mario Party gespielt. Was war das denn in so einem Streaming-Vention? Ach, das war Super Mario war das. Ach, das war was anderes, ne? Ich komme bei den Marios durcheinander. 40.000... Ich habe Bowser's Fury mal gespielt, aber es war auch was anderes, ne? Ja, das ist alles was anderes. Hast du schon mal Smash gespielt? Nee. Junge, du musst Smash spielen. Bruder, ich will einfach nur spielen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es auch nicht gespielt. Ihr könnt nicht würfeln, ihr könnt nix... Hoch! Gib mir die Münzen. Gib mir die Coins, Bruder. Gib mir die Coins. Du kannst nach rechts gehen oder nach links gehen. Da hast du noch einen anderen Würfel noch. Jeder hat einen anderen... Ja, weiß ich. Weiß ich. Ja, sag ich dir nur... Aber ich sehe gar nicht, wie mein Winx davor ist. Ja, ist doch easy. Wo ist denn das, Mensch? Wo spielt man das? Auf der Switch auch? Ich nehme den normalen Würfel. Easy, ich nehme den normalen Würfel. Ja, mach das. Gut, gute Zahl, gute Zahl. Ich bin strong. Ey, hallo. Geh mal weg hier. Geil, ich mache euch so platt. Ich mache euch so platt. Jedes Spiel werde ich euch platt machen. Ach, ist in OBS lauter? Ich kann das in OBS nicht. Ey, Chat, ich versuche noch einmal, das mit dem Tod zu klären. Dann wird es kurz wieder scheiße sein. Aber ich versuche mal ganz kurz. Alter, übertreib doch nicht. Ist Sound gut für euch, Freunde? So, Chat, ist jetzt cool? Marius, by the way, äh, äh, hier. Ne, inter, äh, artificial, artificial, artificial intelligence. Alter, du hast einen 10er Würfel. Ähm, was heißt das? Dass du 10 würfeln kannst. Aber du hast eins gewürfelt. Mann, das kann doch nicht sein. Äh, lobe. Okay, jetzt kommt ein Minigame immer. Was muss ich machen? Äh, die Regeln jetzt checken. Äh, Nieder-Sophia. Vielen lieben Dank für 30 Euro. Kuss, 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 kuss. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, danke dir, danke dir. Lauber. Kugel, Lauber. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir können uns bewegen. Kugeln zum eigenen Loch transportieren. Ich kann mich nicht bewegen. Dann habe ich mich wieder rücken. Alright, bewegen und Magnet herablassen. Okay. Hä? Achso, ja, ich bin Skies. Okay, lass, lass starten, lass starten. Wir müssen aufbreit. Wir müssen aufbreit. Du musst oben die beiden Tasten. Ja, ich will aber ein bisschen spielen. Ach, es gibt doch noch Gold. Junge, wir spielen doch jetzt gleich. Ja, aber ich will doch die Regeln. Junge, Alter, machst du jetzt bereit? Ey. Ey, ich laufe gleich rüber zu dir. Gefährlich, dass du neben mir wohnst. Ja. Ja, wir haben das Spiel verstanden, geil. Komm, mach. Jetzt geht's los! Aaaaaah! Verpisst euch! Können wir uns gegenseitig noch ... Ja, du kannst auch so ein bisschen hin und her ... Oho, das macht Spaß. Das ist meine! Easy, zwei Goldene. Ich habe zwei Goldene. Zack. Achso, die Goldenen zählen doppelt, oder was? Die Goldenen zählen halt krasser, ne? Du Bastard. Hau ab, hau ab! Hau ab, das ist meiner! Oh, weg da, weg da! Geh mal weg hier! Ende! Mann! So schnell? 32, Leute! Ich habe euch gefickt! Ich habe euch gesagt, dass ich euch ficke! Leute, für mich gar kein Problem. Für mich gar kein Problem. Alter, nie eine Frage gewesen hier. Nie eine Frage gewesen. Ja, du spielst in einem Rookie. Ich bin ja ... Ich lerne gerade. Alter, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Oh, Geist, traurig, Geist. Traurig sein. Traurig, traurig. Enttäuschen, du? Ey, shit. Ich mache gerade Warm-Up. Ich illusioniere meine Gegner, indem sie denken, ich bin schlecht. So. Junge, ich mache euch alle platt. Ich beruhige mich nicht, Chat. Ich beruhige mich nicht. Meinen Kaffee habe ich getrunken. Ruhig, traurig. Deine Kaffee? Alter, warum denn da zwei? Zwei. Kann man machen. Ja, was machst du? Gehst du in die eine Richtung und in die andere? Gehst du in die eine Richtung und in die andere? Ich weiß ja nicht mal, wo ist das Stern denn jetzt hier? Ja, geh doch mal in die eine Richtung und in die andere. Ja, aber wo ist denn der Stern? Was heißt denn, mit drei Münzen kann er da durch? Ja, du kannst in die eine Richtung und in die andere. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, setz mich doch nicht unter Druck hier. Ah, nee. Die will ich nicht. Aha. Halt, stopp. Jetzt trete ich. Jetzt trittst du? Ja, jetzt trete ich. So, ganz normaler Würfel. Kein Problem für mich. So, und ich würfel jetzt nämlich genau eine fünf. Ah, war knapp. War knapp. Äh, ja, ja, ja. Was hat das denn für einen Sinn, dass du drei Münzen zahlen musst, wenn du da hinlangst? Ist das eine Abkürzung? Ja, aber war keine Abkürzung. Hab ich studiert. Kann ich sehen, wo der Stern ist? Ach, ist scheißegal. Gibt es überhaupt schon einen? Was will er? Dein Leben. Nicht zahlen. Ich will nicht zu den Kontrenten, die sind ja hinter mir. Hä? Mach das. Oh, Idiot. Aua. Unangenehm. Aua. Das war dumm. Meine Mutter sagt. Dumm ist der, der Dumm ist. Sehr gut, Mario. Sehr gut. Also das ist jetzt, ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt Gnu, Gnu-Ersatz. Gnu wurde ersetzt durch einen Computer. Das ist tatsächlich eine Sache, die irgendwann in der Zukunft wahrscheinlich total normal sein wird. Das wäre jetzt wendig, Computer. Alter. Und nach jeder Runde, ähm, ja mach doch. Strong. Wie das kann doch nicht sein. Und noch Minuspunkte für den Kaya. Das Spiel hasst mich. Ja gut. Aber hast du das Spiel. Nur weil ich eine Gratis-Online-Mitgliedschaft gerade gemacht habe. Ach du, wo ist das? Warte mal, wer ist, wer bist du, Kaya? Ich bin gratis-Online-Mitglied. Nein, wer bist du von den Männchen? Ach so, Kajot. Kettenhund ausrichten? Der, 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 der hier, der. Was muss ich machen? Einzige Kettenhund anrichten. Einfach ausweichen. Einfach ausweichen. Wo bin ich überhaupt in diesem Spiel? Ich bin auf diesen Dingen drauf. Warum? Hä? Ja, du musst uns, du musst uns, äh, äh, fixen. Wo ist denn der, äh, wo ist denn der Geist? Wo bin ich denn? Der ist schon rot. Ah ja, okay. Ah, jetzt habe ich alles was gemacht. Das ist ja genau wie Pummelpuff. Ja, genau wie Pummelpuff. Aha. Wir müssen nur breit klicken. Aua. Einfach bereit klicken. Ach so, sorry, das hat gerade so Spaß gemacht. Ähm, okay. Man denkt, man spielt schon so. So, wenn das Tutorial mehr Spaß macht, als das Spiel. Oh. Wer ist es? Ich bin wirklich auf diesem Ding drauf. Ich kann mich jetzt hier, äh, platt machen. Lass mich in Ruhe. Ah. Du hättest auf mich abgesehen. Nur weil ich klein und rund bin. Easy, easy. Geh doch weg. Guck mal, er will mich kriegen, aber er kriegt mich nicht. Ah, easy. Guck mal. Ich reiche alles aus. Hey, mach doch Mario. Das ist doch platt. Das sind Fehler. Mich kann man. Oh, oh, er hat so, im, 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 im Run hat er sich geturnt. Kaya lernt, Kaya wird immer schlauer, shit. Ganz schwierig. Mann. Du hast einfach nicht mich zu kriegen. Ich will nicht mehr auf den Ding sein. Oh, okay, komm. Easy. Easy, chat, easy. Easy. Wieso muss ich jetzt dieser, weil das manchmal, manchmal ist das so, dass einer gegen alles. Mach, mach die Bewegung. Wieso, mach die Bewegung. Oh, ich hab mich erwürgt gerade mit meinem, äh, Kopfhörerkabel. Also Kaya ist, äh, ist, ist, ist Kuga. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Gunga und Ju, wer bist du? Du bist Geist, ne? Ich bin Buhu. Ich lose so ab, ey. Mangelnder Intelligenz der Kugel. So. Ich bin lieber mit mir alleine. Banger, Ju ist dran und gibt dir Faust. Ah, nee, noch nicht richtig. Und jetzt Faust im Deck. Hä, wo ist denn der Stern überhaupt? Ich hab die ganze Zeit nicht, nicht verstanden, wo der Stern ist. Fuh. Fuh. Ähm, ich schau doch mal ganz kurz, wo der Stern ist, liebe Freunde. Der Stern ist hier. Okay. Oh nein, da müssen wir schnell... Was für ein Stern? Man muss Sterne einsandeln. Das ist wie bei, äh, wie bei, wie die Dings bei, äh, Pummelparty. Die Trophäe oder die, äh, Kiste bei Pummelpuff. Na sowas, Buhu, hat einen versteckten Block gefunden. Ja, Buhu, kriegt immer Glück. Ah, Buhu hat nichts für Glück. Was war jetzt das hier für ein... Oh, oh, Alter. Bruder, Buhu ist einfach rich, Alter. Jonge. Jonge. Das ist nicht fair. Warum? Nee, ist nicht fair. Ich bin Platz eins. Just saying. So, jetzt wirklich nehme ich einen Sechs. Achtung. Achtung. Ah, fickt euch, Alter. Nein, Alter. Oh, ein besonderes Ereignis. Besonderes Ereignis. Boah, was geht jetzt hier ab? Ich fuhre einfach zu dem Stern hin. Ja, ich nehme die goldene Mitte. Oh, was ist das? Was war das? Ich darf mir aussuchen, auf welchem Feld ich lande. Das bedeutet, wenn ich in der nächsten Runde als erstes dran bin, dann kriege ich den Stern. Muss ich nur gewinnen in dem Spiel. Mario ist kein guter Gnur, muss ich ehrlich sagen. Kommuniziert gar nicht. Ey, Bro. Fass mich gar nicht an hier. Zwei Meter Abstand, Digga. Ich habe das schon sehr stark gerade gemacht. Sehr stark. So. So. Kaya. Ja. Ich bin am Start. Und wieder ein. Ey, zwei, super. Ach, ist das geile Spiel. Vier hin, vier hin. Das ist ja für dich wie ein Tutorial jetzt gerade eigentlich. Was machst du, Kaya? Du hast die Dinger befreit. Nein. Was heißt? Ja, jetzt boxen die uns. Muss ich denn machen? Minispiel. Minispiel. Minispiel, Minispiel. Boah, dieses Vibrator-Spiel würde ich gerne spielen. Fanko-Pyramide? Boah, ich kenne kein einziges Minigame, ne? Ich weiß zwar nicht, was das jetzt ist, aber es war easy. Charaktersymbol bewegen und dann nehmen. Ach so. Ist ja easy, oder? Aha. Ach so, so viele Fanko-Pyramide wie möglich. Das sind ja immer dieselbe Spiele, oder? Ah, nur die obersten kann man nehmen. Ah. Ach so. Okay, habe ich verstanden, das Spiel. Man kann die obersten nehmen. Mach bereit. Kann ich auch von deinen Teller? Ja, ist ja gut. Bereit. Ach so, das ist eine gute Anfrage. Der Computerspieler ist nicht bereit, das ist das Problem. Wir sind bereit, Freunde. Ich habe auch schon bereit gedrückt. Nee, du bist nicht bereit, Ju. Ja, aber ich drück doch! Ach so. Ich habe noch nicht gedrückt, ich habe daneben gedrückt. Dieser Controller ist so klein, Alter. Ich schwöre mit den dicken Fingern, bammel einen Platz, Alter. Okay. Wieso nehme ich den nicht? Ah, du bist das. Mann, ich habe auch viel zu große Hände für diesen Controller. Mann! Alter, Mann! Ich bin immer der Lenz! So, einfach gehackt. Chat, was soll ich dazu sagen? Easy. Ein Easy Win für mich. Easy. Easy. Nie in Gefahr. Trotzdem habe ich mehr. Ich lege es gerade im Chat, vor allem hat keiner Spaß und das ist das Wichtigste. Und ich habe gerade so eine Fresse gezogen. Warum bist du so langsam? Ey, Leute. Ich hole erst auf. Das ist Illusion, der Gegner. So. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin am Zug, weil ich Erster war. Nee, das ist eine Kartenstrophe. So, ich brauche eins, zwei, drei, vier. Nein! Fuck you! Fuck, fuck, fuck! Gut! Damit ist der Stern mein. Damit ist der Stern mein. Nein. So, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich nehme jetzt nämlich nicht in. Das ist nicht gut, Freunde. Ja, ich will ein Item auch einsetzen. Ja, dann mach. Items? Wenn ich jetzt auf Items drücke, dann nehme ich ein Item, ne? Ja. Genau, das Item möchte ich gerne nutzen. Einfach ein Sechser-Würfel. Ja, easy. Ich würde einfach Sechs, weil es ist ja egal. Ich muss ja nur vorbeikommen an dem Dings, ne? Oder, Chad, ich muss nur vorbeikommen an dem Stern, oder? Ja. Nee, wissen wir nicht. Wir reden nicht mit Cheatern. Was denn? Wer cheatet? Kann ich denn? Ja, ich will jetzt würfeln. Nee, du musst nach oben boxen. Ja, das will ich haben. Okay. Krass. Man kann sich aber die Zahl aussuchen, ey. Ja, das ist das stronge Item. Das ist sehr das stronge Item. Au, möchtest du das haben? Mein Würfel ist das Problem. Ja, bitte. Ich möchte dir gerne einen Stern kaufen. Dankeschön. Danke. Glückwunsch. Danke. Hier, der fürfluchte Stern. Ich bin ein Stern. Hm, lecker, lecker Stern. Hm. Ehrenlos einfach. Einfach nicht cool, so wie du spielst. Einfach unfair. Moment, und wer am meisten Stern hat, gewinnt? Am Ende. Ja. Mhm. So wie bei Pummelparty. Wer die meisten Dings hat, gewinnt. Guck mal, haut die einfach ab. Haut die einfach ab. Ja. Yo, wahrscheinlich. Wohin mit dir? Mal auf, glücklich zu sein. Okay. Er läuft noch weiter. Und ein besonderes... Was heißt das jetzt? Jetzt kommt er da nicht mehr hoch, oder was? Was geht denn hier ab? Ey, das ist so viel geiler gemacht, als Pummel. Ey, nein. Jawoll. Nein. Aua. Oh. Nein, ich war so sehr vor euch. Nein. Äh. 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 Mein Freund. Vier. Ey, Chat, das ist ein trauriger Tag heute. Was jetzt? Du hast jetzt einen Freund, das heißt, du kannst jetzt seinen Würfel würfeln. Das bin ich doch gar nicht. Gnu hat jetzt einen Freund. Gnu kann seinen Würfel würfeln. So, und der haut uns jetzt auf die Fresse, dieser Vario, oder was? Ich glaub nicht, der hat einfach nur Würfel gegeben. Warte, ich nehm einen anderen Würfel, der bringt mir nix, hab ich das Gefühl. Der ist sehr gut. Welcher? Der. Der hier. Ja. Der normale Würfel. Guck, was jetzt kommt. Sehr gut. Siehst du? Ach, leck mich. Alter. Wieso funktioniert all der vier hier nicht? Verstehe ich. Ja, da lang, da lang. Nee, also du sollst schon zum Stern. Aber obwohl, du kriegst den Stern zum Würfel nicht. Ja, dann kommst du dir. Vorsicht. Ja, ja, Vorsicht. Scheiße. Ich check wirklich nix. Das hab ich jetzt gemacht. Ey, ich hab auch nicht verstanden, was gerade passiert ist. Aber es ist gut, wie du gelaufen bist, glaub ich. Weil du, nach oben wär der Stern gewesen. Aber den Stern kriegst du eh nicht, weil drei Leute viel weiter vor dir sind. Aha. Das heißt, es macht Sinn, dass du an der Richtung gehst. Ja, das war Absicht. Ich wusste, ich hatte, genau. Ah, das Spiel kenn ich. Ey, das Absichtskur, ja. Das Spiel kenn ich. Also, ich muss erst mal. Das Spiel hab ich gespielt. Bin ich leicht im Vorteil hier. Ey, ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. Oh, das ist aber auch, oh. Da ist keine gute Engine drin. Was war das denn? Was ist das? Ich hasse das so sehr. Ja. Ich bin erster. Junge, Alter. Ja, mach doch bereit jetzt, Rezo. Ja, ich mach doch schon. Alter, ja. Ich hasse dieses Spiel. Okay, Leute. Das kann ich gut. Aber die Begeo ist hier doch vertraut vorkommen, oder? Ausschütteln kann ich immer gut. Deswegen mal hier. Start. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, ja, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Fick, 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 fick. Ein bisschen. Jetzt geh doch. Geh raus. Ja. Fang. Geh doch raus. Raus. Ja. Was, Junge? Das kann ja nicht sein. Das ist... Junge. Junge. Alter. Boah, stressig. Ja, weiter. Ja, Rezo holt sich halt am meisten runter. Er weiß, wie es geht mit dem Rüddeln. Ja, da merkst du, dass ich die Übung habe. Ja. Ich bin einfach in the game, Junge. Masturbator 3000. Oh. Rezo, ey, wir müssen Teamplay machen hier. Tag Team gegen Rezo. Ja, Tag Team gegen was? Wie, wo, Tag Team? Schmeck Team, was ist hier los? Ja, Tag Team gegen Rezo. So. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das... Ich habe das Gefühl, wir schaffen das gar nicht mehr gegen, äh, genug. Fö. Ja, ich kriege das. Toll, ich bin... Jawohl, was auch immer. Ah, Wurf plus drei. Oh. Plus drei, du... Oh, mein Gott. Das ist so... Ey, gönn doch. Gönn doch. Ey, ich habe einmal was Gutes. Ja, ich merke es. Ich gönne nichts. Ich mache jetzt, äh, den. Alter, meine Nase. Ja, auf einmal habe ich Anergie bekommen. Gegen was, bist du denn allergisch? Gegen Verlieren. Gerade in der Runde stand da, Kai hat eine Frau, das ist unfair. Wo stand das? Im Chat. Kai hat eine Frau, das ist unfair? Ja, deswegen habe ich nicht so gut abgeschlossen. Ach so, ah, weil du nicht wichsen musst. Ah, nicht wichsen kannst, das ist echt unfair. Ich wichsen möchte. Ach so, aber heimlich wollen. Yeah. Das ist ein Grund, warum du noch Single bist, oder? Du wurdest erwischt dabei. Ja. Da merkt man das, Mensch. Aber nicht nur einmal erwischt. Ich nehme jetzt den anderen Würfel wieder. Ja. Kai ist einfach auf diese 10, ne? Boah! Fake that! Es hat sich so ausgestrahlt. Ja. Jetzt habe ich in die Richtung gelaufen. Ich bin gerade im Kreis. Wieso laufen, ich bin jetzt in die Richtung? Warte, 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 Kai. Ja, ja, du solltest das kaufen, weil, warte mal, ich hoffe, das Rechte ist super strong. Das hier? Gold, der Turbepilz. Wenn du einen Boost brauchst, dann kriegst du plus 5, egal was du würfelst, du kriegst plus 5. Aber wieso laufe ich denn jetzt nach rechts? Jetzt fange ich ja wieder von vorne an. Ja. Das ist völlig falsch Richtung, du bist nach oben. Rechts nach rechts. Scheiße. Ich habe einfach nur eine extra Runde gedreht. Aber du hast den goldenen Pilz. Das ist so strong mit dem plus 5. Ey, können wir nicht nur diese Minispiele spielen? Ich finde das Brettspiel so unnötig. Ja, da gibt es so einen Modus, wo du nur die Minispiele spielst. Ja, gibt es auch. Können wir das machen? Ja, aber ich bin unser Letzter. Jetzt oder was? Ne, wir sind noch mittendrin, oder? Ja, das dauert doch so lange, bis wir einmal durch sind mit dem Spielen. Das Geile ist, Steuerung, Veperation, erstmal fühlen. Was, was, was? Ich check gar nichts hier. Ich check's auch noch nicht. Anhand der Bebortion die Antwort finden. Ah, anhand der Vibration, ich verstehe. Hä? Was? Was? Ach, jetzt? Ne, was jetzt? Ich... Ne, ich hab... Hä? Ich hab's nicht, ich hab nicht. War das nicht das Ding hier? Ich hab nicht. Ich check's nicht. Das ist einfach wie so als Frosch, schreibt jemand bei mir im Chat. Ja, aber... Warte, ich will nochmal. Ich hab's nicht gecheckt. Was hat das jetzt mit der Vibration zu tun? Du spürst die an deinem, an deiner Joy-Con, an deinem, deinem... Du spürst die... Achte mal, so das war jetzt eine Sache. Ja. Das eine... Jetzt fühl mal das zweite Tier. Ja. Oh, das war ein bisschen länger. Oh, ein bisschen länger, ja, ein bisschen länger. Ja. Und jetzt? Es noch... Waren so zwei so... Brummel. Eieieiei. Das kenn ich... Was heißt? ...nicht. Und jetzt? Was? Das hat mich jetzt sehr verwundert. Moment. Eins. Nein, ich... Hey, ich versteh... Soll es die Reihenfolge... Nee, ich kapier's nicht mehr. Check das Spiel nicht. Danach wird nochmal vibriert und die Länge musst du zuordnen zu dem... Ah! Ah, die letzte Vibration habe ich nicht mitbekommen. Hast du noch eine Proberunde, bitte? Okay. Oh, sehr... Stronges Vibrieren. Oh, sehr langes Vibrieren. Sehr long. Lang, kurz... Ich meine, alle gleich. Das war der Linkskritte. Hey, die haben alle gleich. Die haben sich alle gleich. Nein, mittel, kurz, lang. Mittel, kurz, lang war's. Ah, ich weiß was. Ja. Ja. Definitiv. Ich weiß. Jetzt habe ich das Spiel verstanden. Ja. Ja. Hä? Definitiv der Vogel. Weiß ich nicht. Definitiv der. Ich habe gewonnen. Ich weiß es nicht. Ich habe gewonnen. Gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh, scheiße, Mann, scheiße. Ja, die Sache, ich habe so viele Vibratoren bei mir. Ich kann das. Weird Flex. Wir machen weiter. Ey, lass doch jetzt zocken. Kaya. Ja. Ich gehe auf breit. Ey, aber sollen wir nicht wirklich nächste Runde das Brettspiel abbrechen? Ja, können wir gerne machen. Echt jetzt? Nein, nicht abbrechen. Wir müssen doch einen Gewinner finden. Aber das Brettspiel ist immer so langweilig. Hä? Ich finde das voll geil. Nein, Rezo hat recht. Ich fühle jetzt. Achtung, ich fühle. Ich habe einen Whoop gehört. Boah, das scheppert das aber. Eier, easy. Das war zweimal. Ey, habe ich irgendwie Scheiße gebaut? Okay, ich habe auch Scheiße gebaut. Ach Mann, das Spiel ist stämlich. Geil, Alter. Ja, ich auch. Ich habe auf die Bombe gedrückt, weil ich mir die Bombe... Aber du hast weniger Punkte als ich. Aber er hat ja nur geworfen. Ich kann das so gut. Ich mache meine Augen einfach zu. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist doch same. Das kann doch nicht sein. Ja, das Erste und das Letzte, das... Das Erste und das Letzte waren sehr ähnlich. Shit. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das war definitiv nicht in der Mitte. Fuck! Fuck! In der Mitte, sie sagt? Das war sehr ähnlich zum Ersten. Ja, das war wirklich sehr ähnlich zum Ersten. So, ich halte das jetzt an die Cam... an die Mic, dann können Leute es hören. Weiß ihr das? Nein. Oh, das ist schon sehr schwierig. Das ist so ähnlich. Keine Ahnung, ey. No way! Alter, warum... Okay, okay, okay. Konzentration, Konzentration. Let's go. Jetzt geht's... Oh, Ende! Alter, Gnu hat uns abgezogen. Das ist doch... Das ist doch nicht okay. Ohne online zu sein. Ihr könnt abstimmen. Sollen wir das mit dem Brettspiel die ganze Zeit weiterspielen? Oder sollen wir das mit dem Brettspiel spielen? Abbrechen ist nicht cool. Games oder Brettspiel? Bretts oder Games? Games oder Bretts? Ey, ihr müsst noch gucken, ob ich gewinne. Weiterspielen, safe. Die meisten schreiben... Ohne, ist durchwachsen. Nein, nein, nein! Ich mach nur dumme Moves. Ihr seid euch nicht einig. Puh! Fünf... Scheiße, acht. Nice. Hey, warte mal. Wo lang? Okay, Chat. Muss ich runter oder nach links? Nur Minigames möchte mein Chat. Wollte ich nur sagen. Über... Hier, ne? Runter. Bei mir sind immerhin 8000 Zuschauer. Bei mir wollen die Leute Brett. Ja, aber... Ja, Moin. Du musst auch mal versuchen, auf andere Leute zu hören. Ich hab einen Stern. Was sagst du jetzt? Ich würd' sagen, Brett geht. Guck mal, es wird sehr knapp zwischen uns beiden. Dann weiß ich die Wahrheit. Und was sagt der Wahrheit? Hm. Dann weiß ich die Wahrheit. Dann weiß ich die Wahrheit. Also ich... Ich fühle gerade ein bisschen so die Minigames halt mehr. Ja, die Minigames machen Bock, aber man kann sich ja auf die Minigames auch freuen. Ja, aber... Während ich das Brett gewinne. Weil nicht einfach nur Minigames, dann freust du dich doch auch. Nein. Ich porne das Brett jetzt. Und dich porne ich mit. Bei mir sagt der Umfrage... Oh, bei mir ist auf jeden Fall ganz klar, Brett gewinnt. Überhaupt nicht. Doch, nee, doch. Zu 81 Prozent. Wirklich? Ja. Bei mir gewinnen Minigames. Bei mir gewinnen Minigames. Und bei dir, Kaya? Bei mir die Minigames. Bei mir ist es relativ ausgewogen. Aber die Minigames haben gewonnen. Die Minigames haben gewonnen. Dann steht es 2 zu 3 für Minigames. Ja, aber nur, also... 2 zu 1. Entschuldigung, ich kann nicht rechnen. 2 zu 3. 2 zu 1. 2 von 3. Guck mal, wie gut. Wie gut. Ich bin geil. Ja, siehst du mal. Was machst du jetzt eigentlich? Versuch die zu reparieren? Oder macht die offline ein Brettspiel? Was macht die? Ey, ich spiele offline weiter. Nee, ich weiß nicht. Die, denke ich mal. Alter, Minigames sind so viel cooler. So viel cooler. Stell dir mal vor, dass das passiert bei einer Kampagne oder so. Das ist ja richtig übel. Es sind nur 10 Runden eingestellt. Wir haben es gleich durch. Und ganz ehrlich, Ruiz, ne? Ich hole mir diesen Sieg. Falls nicht, dann hole ich mir den Sieg einfach physisch bei dir gleich ab. Wir sind die... Ich zähle mich noch so ab. Ich hole so sehr den nächsten Stern. Ich mache... Minus 2? Minus 2 hast du? Was ist denn hier passiert? Nee, der Dude. Was geht denn bei euch ab auf einmal? Warum macht ihr hier Teamplay? Das ist der... Was ist der Kampagne? Alle laufen. Wir sind bei Kraten. Wir alle laufen. Ich setze überhaupt keine Münzen. Ich verliere doch wieder. Was? Was? Hä? Ich kapiere nichts. Was? Was passiert hier überhaupt? Ja, Vibrationen. Steck mal das Ding gleich sonst wohin. Was soll ich denn machen? Achso, wenn du... Vibration? Ah, ah, Reaktion. Ah, check, 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 check. So schnell... Also, es ist schon ein Minigame. Es ist schon ein Minigame. Ich hab gar nicht die Erklärung gesehen. Hey, hey, hey. Da stand drückend und da hab ich drauf gedrückt. Und jetzt hab ich verloren. Wir sind so lost. Wir brauchten Gnu. Gnu hat das Spiel schon durchstudiert. Was? Items? Was? Ich versteh mal. Die hat Hausarbeit über das Spiel gemacht. Nein, nicht jetzt. Ich hab gar nicht... Ich wollte würfeln und plötzlich steht er auf Items. Kaya ist so lost in diesem Leben. Wir füllen 10, Kaya. Wir füllen 10. Alter, einfach das Brett durchgedribbelt, Bruder. Alter, krass. Ah, ja. Jetzt nicht die falsche Richtung. Ich seh das Brett von hier aus nicht. Du kannst nach links drücken. Drück B. Ja, ja, da. Das macht viel mehr Sinn für dich. Nein, wie so lügt vielleicht. Ah, Spielbrett-Übersicht. Ah, jetzt. Ja, genau. Jetzt kannst du die Schritte gehen. Ja, ist doch same, oder? Ja. Nee, das andere ist viel länger. Stimmt. Oben ist länger. Oben ist länger. Dann geh nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Und beim anderen sind es 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same. Mann, Kaya, Mann. Wer ist er? Er ist einfach dein Bré. Du hörst dich wie meine Frau an. Mann, Kaya, Mann. 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 Jeden Morgen, wenn die dich sieht, so. Mann. Die fressen schon wieder. Mann. Warum hat genug so ein Tech-Team hinter sich? Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Soll ich den hinterherlaufen, oder? Ja, darfst du hinterher und boxen. Das ist schon etwas wert, finde ich. Kommt an den Schläger rein. Zack, Alter. Aua. Wer bist du denn? Oh, Kaya, wie du hier abgegangen bist. Hey, voll. Yo, wahrscheinlich. Strong, Kaya, strong. Oh. Hab ich jetzt gewonnen. Kaya, Chana. Geht auf die Überholspur. Kaya, Chaya. Chaya, Kana. Fatima, Kaya. Das Geil ist, seit 20 Jahren, wissen die Journalisten immer noch nicht, wie man meinen Namen buchstabiert. Immer noch mit J, mit R am Schluss. 20 guck in die Hand. Ja, gehört dazu. Blickrichtung wählen. What, 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 what? Check's nicht. Für what? Für what? Lass dich nicht durch die Farbe. Was? In Richtung Blick und? Ah, in die Richtung, wo das Herz ist. Ah, jetzt check ich's. Ah. In Richtung, wo das Herz ist. Was? Wo war denn das? Hä? Ah, immer in die Richtung, wo das Herz ist. Okay, let's go, let's go. Okay, okay, grüne Herz. Das kann ich gut, mit Formen und so. Ah, egal, egal, welches Herz. Hab ich damals gemacht bei Kommunikationsdesign an der FH, Formen und Farbe. Okay, ich hab's verstanden. Habt ihr's auch verstanden? Wie, ich bin schon bereit, guck mal. Ich bin bereit. Ja, ich bin sowas schon bereit. Jetzt zocke ich euch ab. Okay, ich ziehe mich jetzt so hardcore. Nee, 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 ich... Nee, nee, guck mal, pass mal auf, pass mal auf. Wie krass, ich bin im Herzen auch einhergehe. Ich hab Form studiert, Form studiert, ich bin Designer. Guckt, zack. Easy. Guck mal, hier, Form studiert einfach. Ja, ihr seid immer langsamer als ich. Immer langsamer als ich. Das tut mir so leid, das tut so weh bestimmt. Oh man, ihr tut mir so leid. Nein. Ach, fuck. Ah, falsche Richtung. Nein! Nein, von mir in die falsche Richtung. Nein, Alter. Ja, Junge, geil, ich hab dich gefühlt. Alter, fuck, Alter, dreimal in die falsche Richtung. Der Joystick ist einfach selber gespielt. Oh Mann, als will ich es mit Absicht machen. Junge Goomba, Junge, Goomba, mach dich platt. Ey, Buhu, komm aus der Ecke und mach Buhu mit dir, Bruder. Ey, das kann doch nicht sein, Alter, um zwei Punkte. Das ist ja wirklich dieser Joystick, Joystick. Guck mal, wie klein, wie kleines Ding ist. Wie soll ich denn da überhaupt mich entfalten können, auf diesem, äh. Meine Fresse. Das ist erst das letzte Mal, dass ihr Mario Party bei mir seht. Jemand fragt gerade, wie Kaya auf Twitch heißt. Wir haben doch hier gerade Squads wie wir am Start. Klick doch einfach kurz. Kannst du ja nicht hier kurz klicken? Loser, einfach Loser. Der Kanal heißt Loser. Ey, willst du nicht nochmal spielen, Kaya? Und danach auf Juke entfolgen und mal wieder zurückkommen. Warum denn? Warum denn mit Juke entfolgen? Wäre fair, wäre angemessen. Oh, fünf. Fünf, fünf ist gut. Was willst du? Was willst du? Ja, mach was. Ja, ich mach was. Gucken tue ich. Ey, ich bin so weit hinten, ne. Das ist so unangenehm. Ja, aber du hast doch die meisten Punkte, oder? Ich hab keine Münzen, ich hab keine Sterne, ich hab nix. Was bringt das denn als erster durch zu sein, wenn du keine Münzen und keine Sterne hast? Alles blöd. Du bist ja nicht, also ja, ich verstehe. Gumba, du bist drangen. Das Ding ist, bringt mir ja nix, ne? Ja, hm, und jetzt mach ich so. Ja, ist so strong. Oh, Auto macht so so. Ich bin doch immer noch so weit hinter euch. Lohnt sich doch gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, was ist diese Wolke denn? Ist die Wolke gut, Chat? Macht das Sinn, dass ich zur Wolke gehe? Ja, nimm die Wolke, no risk, no fun. Ja, mach das mal, mal gucken, was passiert. Frankie, danke für die 5000 Bits. Ne, 6000 Bits, Digga. Alter, 6000 Bits. Fast 10.000 hochgerundet. Fast eine Million Euro. Digga, vielen lieben Dank, Mann. Nein, aber nicht. Ich hab ja nur eine Münze. Was willst du bei mir klauen? Meine Rotzlase, fuck mich so ab. Ja. Das lohnt sich bei mir nicht. Cooles Mann, Juno. Warum denn ich? Warum denn ich? Du die meisten Münzen hast. Warum ich? Das ist überhaupt kein Problem, Juno. Alter, das hat ja aus deinem Arzt gezogen. Den Stern hast du mir weggenommen. Den Stern nicht, die Münze. Was ist hier los? Wie unfair. Lass Brett abbrechen, lass Brett abbrechen. Lass das Brett abbrechen. Ich habe dies verdient. Ich habe dies verdient. Was ist das für ein dreckiges Spiel? Ich hasse dieses Spiel. Es ist das letzte Mal, dass ihr mich mit diesem Spiel seht. Ich hab ein Copyright auf diesem Buch. Das macht mich literally echt sad einfach, dass dieses Spiel so auf Unfairn ist gebaut einfach. Finde ich auch. Kann ich jetzt machen. Ja, jetzt kriegst du noch eine Hexe. Halt das Roulette an. Ja, zumindest etwas. Zumindest etwas. Der Stern wird vermisst. Du verlierst den München. Du kriegst den nicht. Karma, Karma, Karma. Boah, Alter, ich kann ja nicht reden. Ich gewinne sowieso so viel Spiel, als mir Münzen egal sind. Das ist, dass du mir einen Stern geklaut hast. Das ist, dass das überhaupt nicht geht. Das geht ja aber voll im Kopf nicht mal. Es ist angemessen. Es ist angemessen. Boah, Alter. Jetzt verprügeln die. Gib ihm. Alter, bitte klatsch doch jemanden weg. Oh, mein Gott. Ich habe gar keine Motivation, wenn ich einen Stern holen muss. Jetzt muss ich durch dieses Stein-Ding gerade durch, oder was? Was ist denn, du würfst eine Eins? Ja. Of course. Was darfst du denn? Das ist so ein Schönerer eigenes. Das ist so geil. Das ist so ein Schönerer eigenes. Dieser Scheißwürfel gibt mir immer nur eins. Oh Mann, ey. Bin ich aggro einfach. Ja. Wir gegen... Wir gegen Rezo. Wir gegen Rezo. Ich bin... Auf die Glocke geben. Oh, oh. Er will uns auf die Glocke geben. Das ist ein richtiges Rezo-Game. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Ich bin wirklich... Was? Kapsel mit drei Wassern. Ach so, nee. Wir müssen ihn abschießen. Moment. Anvisieren. Und dann... Werfen. Ah, wir müssen ihn platt machen. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ja easy. Ich muss rumfahren. Okay. Kaya. Von beiden Seiten, ja? Ich bin eher links und du bist eher rechts. Und dann kann er dich nicht... Wir nehmen den in die Zange. Hä? Er bewegt sich gar nicht. Nee. Ach so, er ist ja noch... Das wäre ja dumm. Ach so, ich dachte... Ich wusste nicht, dass es doch Tutorial ist. Verdammt. Okay, ich mache rechts und du machst links. Ja, Kaya. Ja. Welches ist links? Von mir oder von dir? Ach so, wir hatten nur begrenzt vier Schüsse. Ach so, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe one lonely. Ah, dumm. Oh Mann, ey. Wir haben den ein Leben abgezogen. Guck mal. Der kleine Hessler. Guck mal. Ich will den so auf den Maul geben. Ich will den so auf den Maul geben. Oh Mann, ey. Lesen ist schon sehr schwer, sehr schwierig. Ich war einmal fast eingekreist. Lesen hatte ich in der Schule auch nicht als Fach, deswegen schwierig bei mir. Das ist doch schwierig. Ich war der Einzige, der getroffen hat und kriege nur zwei. Ach komm schon. Lesen ist aber auch so schwierig. Okay, Leute, jetzt hole ich auf. Aufgepasst, es sind nur drei Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuellen... Gumba ist auf dem ersten Platz. Buhu folgt auf Platz zwei. Platz drei gegen Mario. Und Cooper ist auf dem vierten Platz. Das ist aber ganz eng. Aber das liegt nur an Cooper, ne? Ich hätte besser gespielt als die Figur. Geil. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Spiele. Drei Spiele noch. Dann gibt es einen entscheidenden Sieger. Damn. Was? Die Goldröhre. Ach so, weil ich die letzte Band kriege ich hier so ein Buch. Was? Kriegst du gerade einen Stern geschenkt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt irgendwas hier kriege. Ach so, der letzte kriegt einen Buch, oder? Was ist los? Mehr Begeisterung, bitte. Das stimmt. Alter, es ist doch... Eben. Was ist los? Mehr Begeisterung, bitte. Hier geht es richtig ab. Oh, was geht hier ab? Boah, das sind jetzt super Pechfelder. Das sind mega Pechfelder. Sind das Pechfelder? Echt jetzt? Ja. Ja, Skip muss ich jetzt nicht bei jedem Feld zeigen. Oh je, Kamika, die Pechfelder haben noch schlimmer gemacht. So ein Riesenpechfelder sieht gefährlich aus. Leart, ob es dir gefällt? I don't know. Uh, ist am Zug. Rechts, zieht euch so ab. Ich sehe so... Scheiße, Alter. Den Sternen kriege ich nicht. Den Sternen kriege ich nicht. Das ist ziemlich scheiße. Wow. Eins, zwei, drei. Ja. Scheiße, das kann der dann auch kaufen, Alter. Jetzt kauft der dann auch so... Boah, ich weiß auch genau, was ich kaufe hier. Geil. Begönnt. Und die drei nehme ich auch noch mit. Sechs nehme ich. Läuft nicht so gut gerade bei mir. Na sowas. Ich habe was im versteckten Block gefunden. Ja, 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 ja. Ja, da gibt mir Ultra so 20, äh, 20, äh... Oh, oh, was? Ein Stern. Ich habe einfach einen Stern bekommen. Das ist mein Stern. Das ist mein... Einfach einen Stern bekommen. Alter, was für weh... Junge, das ist The Rise of Julian Bam. Das hat ja nichts mit Skills zu tun. Ja, das hat ja nichts mit... Mein Stern zu klauen hat was mit Skills zu tun. Das hat aber Glück zu tun gehabt. Ich habe nicht so vor wie bei Mario Party. Ich hasse Mario Party so sehr. Ich liebe es. Ich finde das Spiel immer geiler. Das war mein Stern. Die habe ich nur zurückbekommen. Du hast gerade ein Geschenk noch bekommen. Ich hole dir das Tasch. Ja, du hast einfach... Einfach geschenkt bekommen. Ich bleibe jetzt stehen. Meine Güte, die bei Zürmerkack haben. Was? Dann gilt das Pechwerk nochmal? Nein, Alter. Oh, oh. Alter, wie unnötig. Dann hätte ich doch niemals diesen Flut hier genommen. Oh, man. Fick. Gegen was hast du eigentlich eine Allergie, Drew? Gegen es verlieren. Gegen Rezo. Aber ihr wohnt in der selben Stadt. Das ist nicht gut. Ist ja nochmal gut gegangen. So. Allergie habe ich gegen, gefühlt, jede Pollen, die es gibt, Staub und in die Sonne schauen. Nieße ich auch. Und was von den drei hat jetzt gerade gepasst? Äh, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich weiß es nicht. Greenscreen vielleicht auch. Du willst einfach mit deinem Squatter lang. Was ist denn das? Warum hast du eigentlich das Squatter? Also, nee, warum hat diese Person... Warum hat... Warum hat Green sein Squatter? Ja, warum? Warum dürfen die drei mal dann immer würfeln? Was ist denn das für ein Cheater? Ja, voll. Es ist so super unfair. Alter. Noch ein... Ja, kriegt noch ein Item, kriegt noch ein Item und noch ein Item. Ich habe noch nie ein Item gehabt. Doch nein. Du hast zwei Sterne. Boah, wir müssen uns den Sieg holen. Leute. Also, ich wechsle jetzt nochmal den Würfel, weil der... Oscar, ich schenke dich in Kommenchu. Das widert mich an. Ey, du hast mir einen geklaut. Das widert mich doch viel mehr an. Das war fair and square. Das war das Feld. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe viel Geld dafür bezahlt. Ich habe Ju gefickt und viel Geld dafür bezahlt. So nämlich. Wo gehe ich denn lang? Runter. Da lang. Ja? Aber der Stern ist doch da. Hey, der Stern ist rechts. Du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Was ist... Strong. Okay, sechs. Super. Minigame. So. Alter, Mann. Das letzte... Einmal dieses Minigame haben wir verkackt. Ohne Sinn. Wiesu klaut einen Stern. Also diese zwei Sachen, wenn die nicht passiert. Mutationsmatte. Was? Alter, wenn das jetzt irgendwas mit Mathe ist, kotzig. Warum? Das kannst du am besten. Mit hohen Zahlen an mehr Munition kommen. Ich kann nicht rechnen. Hast du versucht, die sechs zu erwischen? Was? Ich habe es geschafft. Hä, was? Ach so. Ach, wie geil ist das denn? Okay, bereit, bereit. Ah, ich bin im Team. Oh nein. Ich bin im Team mit Kaya. Nein, Kaya, wir holen uns das. Du würdest jetzt eine Eins. Drück einmal. Drück einmal. Kaya, nicht die Eins, ne? Drück einmal. Die Eins ist nicht gut. Ja. Sie ist eine Eins, du Vogel. Und mich machst du an? Nee, das läuft nicht gut. Okay, dann lass es spielen. Kaya, nicht die Eins. Nur, der kann doch nicht rechnen. Ich will nicht mit dem Bottenham-Team sein. Bot ist strong. Nein! Wrong, wrong. Wer, die Eins. Was? Eins. Boah. Scheiße, Kaisch. Scheiße, Kaisch. Mach was. Au, 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 mach was. Schnell. Immer so destruktiv, die Leute. Man muss nur einmal gewisse haben. Wenn du einmal sechs hast. Sechs, sechs, sechs. Ja. Oh, oh mein Gott. Sechunddreißig. Weak. Und abgekackt. Das schaffst du nie. Ey, ich bin so abhängig von meinem To-Mate. Ihr Ballert hier einfach. Ich brauche noch sechs. Oh, 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 oh. Okay, Kaya, wir brauchen nur zehn, nur zehn. Nur zehn. Okay, bei so. Sechs, 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 sechs. Nein. Nein! 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 Bitte nicht! Nein! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir stehen noch. Wir stehen noch. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Okay, jetzt. Was soll der Scheiß denn hier? So. Alter, ich komme. Sechs, sechs, sechs. Sechs. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Nein! 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 Tennisan! 1, 1, 1, 1! Nein! 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 Ich guck gar nicht hin, ich guck gar nicht hin. Okay, guck nicht hin! Oh, blind! 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 Ja! Ja! Nein! Du bist allein! 1, 1, 1, 1, 1, 1! Nein! 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 Nein, ich mach dich kaputt, Jungs! Auch mit einem Spott. Egal. Ich hab nicht geguckt. Wir sind halt scheiße in Mathe. Oh Mann, Alter. War das beste Spiel. Mann, Alter, wird so ein guter Mann mit 36 einfach. Hey, jedes Mal gewinnen wir, dann kommt der Ries mit so Cheat Codes. Unfair einfach. Er hat so ein Nintendo-Code. Das war eine Achterbahn der Gefühle, ohne Scheiß. Ich bin froh, dass ich eine kostenlose Mitgliedschaft hier habe. Direkt abmelden. Alter Schwede, ey. Wo ist denn überhaupt hier der Teil? Meine Güte, Alter. Das spiel war geil. Das hat richtig Laune gemacht. Total random. 3, 2, 3, 4. Okay. Munitionsmatte. I have a Terrarie. Ja, mach mal was. Ich mach was krasses jetzt, Freunde. Ich mach was krasses. Achso, ich hab ja noch ein Item. Stimmt, Leute, hab ich total vergessen. Mach was krasses. Das Spiel hat's abgebracht. Ja. Lass mich durch. Lass mich durch. Das ist der Schweizer Zoll. Da müssen sie bezahlen, oder? Jawollo. Oh, ich glaube, ganz ehrlich, ich bin da fast am Gewinnen, Freunde. So schlecht. Also, so viel Pech, wie ich die jetzt habe, bin ich immer noch fast am Gewinnen. Wie wack muss mieso sein. Alter, nur noch 9 München. Aber gleich dann, was die Sterne trifft, ne? Der meiste Sterne hat gewinnt, oder? Es kommt jetzt raus, wo der Stern jetzt hinkommt. Wenn der Stern jetzt dahin kommt, wo wer anders, also je nachdem, wer am nächsten dran ist, der hat dann halt Glück. Ey, du hast grad, Kaya hat grad nen Sub geschenkt bekommen von Anonymous hier bei mir. Was? Anonymous hat Abo an Kaya-Jana geschenkt. Bei mir. Ich bin da gar nicht bei dem Chat, oder? Ja, eben. Hä, wie geht denn das? Das geht auch, alles geht, wenn du nur daran glaubst. Ey, danke Anonymous für den Sub. Dankeschön. Das ist lieb von dir. Hier ist dein Applaus. Nee, hier, sorry. Das kommt so out of the Sutton immer. Geil, wie ich diesen Pilz in so ne Big Mac Paco rein tu. Nein. Ey, du kannst gar nicht Nein sagen. Guck mal, wie weit ich entfernt bin von dem Stern und wie weit du entfernt bist. Schnell ist denn zwei Runden da, wenn du Glück hast in einer. Ja, rede nicht und würfel, ne? Also nach Münzen hättest du jetzt gewonnen. Ja. Hätte Riesel, ja. Kann ich nach hier? Da musst du halt ein paar Münzen abgeben. Fünf, ja. Das geht für mich ja klar. Aber dann bin ich schneller, bin ich dann schneller da. Was muss ich drücken, um zu sehen, wo ich lang gehe? Spielbrennübersicht auf B drücken. Nee, hier ist doof. Nee, da kommst du wieder zurück. Das wollen wir nicht. Können wir mal ganz kurz festhalten, dass ich rein theoretisch schon drei Sterne hätte. Hätte Riesel mir den nicht geklaut. Ich kann mal rein theoretisch festhalten, dass du einfach ein Kacker bist, ohne Scheiß. Vibrationsalarm. Was müssen wir jetzt tun? Erkennt euch auch wieder gut heißer aus als ich. Hä, was muss ich machen? Warum? Was passiert jetzt? Ich verstehe, ich verstehe das Spiel nicht. Was sollen wir denn machen? Lol, wir mussten einfach auf den Knopf drücken. Wir mussten gedrückt halten. Ich dachte, ich mache meine Augen zu und warte auf das Vibrieren. Oh Mann, ey. Dieses Spiel, das fickt mein Leben einfach. Ich verstehe das Spiel nicht. Was sollen wir denn hier machen? Hä? Hab ich gewonnen? Warum hab ich denn gewonnen auf einmal? Habt ihr auch... Weil wir aufgehört haben mitmachen. Warum habt ihr denn aufgehört? Ja, weil ich dachte, der platzt. Ja, dachte ich auch. Ach so. Ui. Ich hab gewonnen. Ich hab einfach einen Knopf drauf drücken. Oh Mann, Alter. Und was war das da vor? Ganz kurz. Warum hat der drei Würfel immer in jeder Runde... Was hat er denn gewonnen? Was ist das für ein Feature hier? Ich war noch nicht einmal bei diesem Itemladen. Ganz ehrlich, das ist so sucky. Was ist denn das für eine Runde hier? Er könnte sich den wackesten Pilsen. Ich geh mir einfach nur weg. Okay, jetzt kann ich erstmal einen Item benutzen. Mit hier. Was hab ich denn für einen Item? Welche Presser. Warum hab ich so viel Glück wie... Ja, mach das. Ich habe es. Damit kriegst du die... Damit kriegst du einen Stern. Was ist denn hier los? Ich kann in so eine Röhre und dann krieg ich den Stern. Ja. Krieg ich den jetzt? Ja. Nee, ich muss noch üffeln. Ah, strong. Damit hast du den Stern safe. Warte, nimm den anderen Würfel. Wieso? Dann hättest du auch null Würfel, null Würfel. Komm hier an der Tante vorbei und krieg jetzt... Nein, du hast nicht genug. Du hast nicht genug Münzen. Hä? Wieso hast du denn nur fünf Münzen? Weil ich überall abgekackt bin in meinem ganzen Leben. Nein. Scheiße. Ja, lacht euch einfach. Sorry, ich will nicht lachen. Ich will wirklich nicht lachen. Ich habe einen Block gefunden. So, ihr Penner. Jetzt krieg ich vier Münzen und gewinne das Spiel. Du hast einen Stern bekommen. Boah, ey, hättest du gerade noch Münzen gehabt, hättest du jetzt gerade einfach in einem Run zwei Sterne gehabt. Stimmt. Ach, Mann. Asozial. Oh, Mann. Ich nehme jetzt nächstes Mal eine andere Spielfigur. Das liegt nur an Kopa. Der blöde Sack. Ist ja auch was denn das? Eine Schildkröte? Oh, jetzt hau ich euch weg. Ja, ich sehe es kommen. X im Sinn. Muss ich machen. Frage, wenn... Was? Ey, das kann ich mir nicht merken. Das war Apfelgelb, ein anderes Gelb. Was? Du kannst dann auswählen, welche Fragen gestellt wird. Ah, jetzt verstehst du. Ja, ja, ja. Boah. Und wir müssen dann antworten. Ich habe nicht zugehört. Wurde auch nichts gesagt. Ich meine, ich habe nicht zugeguckt. Boah, das wird schwierig. Aber okay, dann verstehe ich das Spiel. Ey, ganz ehrlich. Ich kann mir kurz festhalten, dass wir alle drei Alzheimer haben. Und das ist, glaube ich, nicht das Spiel für uns gerade. Ich habe gewonnen. Okay, okay, okay. 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 Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay, ich verstehe. Wir müssen jetzt gut sein. Wir müssen smart sein. Wir müssen umkochmatte fühlen. Ja. Auch Biologie, weil da sind ja auch sehr viel Obst dabei. Okay, sieh genau hin, Juke. Sieh genau hin. Hab, 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 hab. Alles im Kopf. Ha! Ey, das ist so unfair, ne? Yeah. I don't know. Ich gehe auf eins. Ich weiß es aber nicht. Ist so einfach. Ich nehme mal die Frage, die ich selber nicht weiß. Ja, das ist... Könntest du dich auch verlieren, ist gerade? Nö. Eins. Eins, stimmt. Strong, strong, strong. Wir sind Mathe, Mann. Wir sind Mathe, Mann. Im Kopf. Im Kopf. Du hast verloren. So funktioniert das. Du kannst verlieren. Nein, ich habe verloren. Klu hat verloren. Ach, stimmt. Du, ah, stimmt. Nein, ich habe nicht zugeguckt. Nein. 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 Ich weiß genau, welche Frage ich nehme. Ich habe gar nicht zugeguckt. Ich habe nicht zugeguckt. Wann ist das? 100 Pro. Wieso? 6? Ich habe nicht zugeguckt. Scheiße. Nein. Ich habe nicht zugeguckt. Ein 0. Ich habe Angst. Wann ist das? Ich glaube, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, 7. 7. Wir haben verloren. Nein. Tschüss. Ciao. Nein. Wir hätten uns aufteilen. Wir hätten 6 gesagt. Endlich habe ich mal eine Runde gewonnen. Nein. Weil wir geredet haben, habe ich nicht geguckt. Wie in der Schule damals. Sieger. Was? Nur 8 Münzen? Das war es. Upsig. Immerhin bin ich nicht mehr letzter. Okay. Letzte Runde jetzt. Letzte Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Riese muss Minus bekommen. Und ich muss Plus bekommen. So machen wir das. Okay? Alter, Junge. Ich habe gerade Hype-Trail. Über 1000%. Oha. Das hatte ich noch nie in meiner Twitch-Karriere. Und ich bin schon 5 Jahre auf Twitch. Laber nicht. Okay. 4 Jahre auf Twitch. Habe ihn trotzdem nie bekommen. Laber nicht. Okay. 3 Jahre auf Twitch. Knappen. Das gab es laber nicht. So. Dann würfel doch mal, Ju. Okay. Letzte Runde. Scheiße, Alter. Du kriegst jetzt noch diesen Fuck. Diesen Fuck. Dings. Ah, das nervt. So hart. Ja. Oh Mann, Alter. Du hast so einfach so Sterne geschenkt bekommen. Ja. Ja. Ich gewinn den Shit. Oh mein Gott, Alter. Wenn ich den gekauft, wäre er ja nicht mehr da gewesen, ne? Scheiße. Ich gewinn den Shit. Und er hat ja keine Kohle. Mein Gott, es tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele so gut einfach. Es tut mir so gut einfach. Ich habe es so verdient. Chat, habe ich das verdient? Habe ich das verdient? Wow. Es wären vier gewesen. Hätte du Wiese mir dich einfach genommen. Ich bin mir in der Seele weh. Hätte du Wiese. Es tut mir in der Seele weh. Ciao. Flieg ganz, ganz weit weg. Du bist frei. Flieg weg. Du bist frei. Einfach nicht schön. Flieg einfach aus dem Brich rausfliegen. Wo, nirgendwo geht der denn? Da kann ja niemand erreichen. Alter, es tut mir in der Seele weh. Das ist die Stelle mit der Extra-Runde. Oh mein Gott. Sowieso die letzte Runde. Hast du gewonnen. Wie willst du denn jetzt einen Stern noch bekommen? Hol mal einen Stern. Hol mal einen Stern. Er ist ja schon dran vorbeigelaufen. Kann ich nach hinten laufen? Nee, ne? Nee. Gibt es irgendwas Sinnvolles, was ich tun kann? Ich habe kein Item. Kein einziges. Du kannst würfeln. End of story. Ich kann höchstens hier auf ein Glücksfeld kommen. Und dann? Wenn ich ein Zwei oder ein Drei, dann noch Glück habe, und dass er mich irgendwie zum Stern trägt. Echt? Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das irgendwie. Ich muss eine Zwei oder eine Drei. Das heißt, ich würfel mit dem hier und würfel eine Zwei oder eine Drei. Mhm. Hä, was? Ich wollte ihn würfeln. Okay. Eine Zwei oder eine Drei. Wenn ich keine Zwei oder eine Drei kriege, habe ich direkt verloren. Eins. Au! Okay. Und jetzt kannst du auf so ein Glücksfeld und dann... Du hättest auch gerade ein Sub-Geschenk bekommen bei mir im Stream. Danke. Ja. Krass. Dass ihr ihn noch nicht gesuppt habt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich konnte nicht mal ein Item kaufen. So, was ist da? Turbo, Pilze, Goldene. Ein Gegner für die Zwei. Nichts davon würde mir... Nichts davon würde mir... Ja, gönn dir. Ja, wow. Ich habe 5 Münzen bekommen. Wow, Glücksfeld. Geiles Glück. Geiles Glück, was ich habe. Oh, sorry. Oh, weh. Ja, du hast schon gewonnen. Nee, es gibt noch am Ende noch Sterne, glaube ich. Wie bei Pro und Pro. Und ich glaube, weil der Rezo die meisten Minigames gewonnen hat, schwierig. Ach, echt? Da könnte er nochmal Sterne gewonnen. Aua. Meine Seele schmerzt. 14? Was ist denn das für ein Cheater hier? Krass. Der kriegt auf jeden Fall die Trophäe für den längsten Weg gelaufen. Und dann kriegt er einen Stern dafür? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es alles gibt am Ende. Oh, ich bin dran. Aber für was? Für was gibt es Sterne? Waren wir noch ein Item, Leute? Habe ich verloren. Es ist egal, was du jetzt machst. Es klappt ja eh nicht. Ich hole mir jetzt den Stern. Ja, viel Spaß dabei. Wenn du 10 würfelst, könntest du es schaffen. Wahrscheinlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich den falschen Würfel. Ja, das war nicht klug. Das ganze Spiel einfach noch übel gefällt. Ja, null Runde. Stern hätte es nicht gerne. Okay. Nee, hätte es nicht. Letztes Minispiel. Oh, oh, oh. Ja, was hat man jetzt von dem Minispiel? Vieles. Nichts mehr, oder? Wir haben verloren. Total Banane. Wow. Alter, das widert mich an, dieses Spiel. So, bewegen. Was? Was? Was müssen wir machen? Nicht auf den Bananenstern. Ausrutschen, oder was? Aber wo ist das Ziel? Wo muss man denn hin? Ich weiß es nicht. Wo sollen wir denn hin? Hä? Das ist ja voll schwer. Ja. Boah, das ist echt maximal schwer. Ey, wo muss man denn hin? Ja, da ist ein Pfeil immer. Ach so, ich muss nach oben, oder was? Ich habe gewonnen. Let's go. Man muss auf dieses Feld. Ah. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich das Spiel verstanden. Dann können wir. Jetzt, äh, jetzt ralle ich. Man muss einfach in die Richtung gehen. Ah, okay, verstehe. Okay, let's go. Letztes Minigame. Wir kriegen das hin. Den nehmen wir uns noch mit. Bereit, bereit. Den nehmen wir uns noch mit. Ha, ha. Oh Alter, das ist ja ein riesenweiter Weg. Wie soll man das denn so schnell schaffen? La, 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 la. Steh auf, steh auf. Steh auf. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. So viel schlechter als im Tutorial. So viel schlechter. Scheiße. Ich hab's. Oh mein Gott. Was? Alter, ich glaub's nicht Ich glaub es einfach nicht Habt ihr das gesehen, wie krass? Ich glaub das doch einfach nicht Och Junge So schnell werde ich Sagen auch immer alle Frauen Mann Der einfach so im Raum stehen blieb Keiner mehr was gesagt Einfach so unangenehmer Spruch im Raum Bestes Timing Partymusik geht aus Das sagen alle Frauen Das war so ein Moment Okay Samtruhe ist re-bendet Ein legendärer Bettkampf Noch ne Runde, jetzt bin ich drin im Spiel Noch ne Runde bitte Das hat mich sehr angewidert Ich hab ne Online-Mitgliedschaft Ich will jetzt Das Spiel macht schon Spaß Jetzt weiß ich, wie es funktioniert Das war ne Proberunde So Ja Ja Gumbar Richtig Krise Ja, das hab ich mir aber verdient Das war nicht einfach aus Glück Ja, okay Das kann ich ja auch verstehen Den krieg ich jetzt aber Der einfach eingeklaut Ja, der Gnu Gnu krieg das Oh, ich krieg ihn Was? Warum krieg ich Jawoll Ich gewinne Ich gewinne Nein, das ist so lächerlich Ich gewinne Das ist so lächerlich Oh mein Gott, Alter Der letzte oder so Ja, wow 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 Du widerst mich als Mensch Auch einfach an Yeah Yeah Wow Digga What Ich hab so viel Pech gehabt Das Spiel war so gegen mich Aber ich hab's trotzdem rasiert System durchgedribbelt, Bruder Was ist hier los Ich freu mich für dich Was ist hier los Ich werde das so editieren Dass ich der Sieger bin Ist das okay Ist okay Aber die Leute Du kennst die Wahrheit einfach Leute Schreib das nach einfach anders, Kaya In deinem Video Einfach schneiden Komplett den Sieg genommen Und alle waren gegen mich Das Spiel Kaya Rizzo Selbst Gnu als Bot War gegen mich Alle gegen mich gespielt Sneak mir meine Sterne weg Aber ich einfach durchgedribbelt Alter, was ist hier los Du hast mich gezogen Du hast mich gezogen Revanche Ich fechte das an, ja Ich fechte die Entscheidung an Das ist nicht okay Nein, Ju, hast du gut gemacht Ich freu mich für dich zu Ja, gratulation Oh, 100 Euro haben wir gewettet Ich freu mich für dich 100 Euro Wieso? Kaya PayPal einfach 100 Euro haben wir gewettet Ich schick euch das PayPal Ich hab kein PayPal Du schickst mir 100 Euro? Warum? Nee, nee Warum schickst du mir 100 Euro? Scheiße, warum haben wir nicht Für Subs, äh, äh, gespielt Wie für Subs gespielt? Achso, du meinst, dass jemand Subs schenken muss? Ja, dass du ihr Subs schenken musst Aber ich hab keine 1000 Oh, ich muss dir jetzt Subs schenken Wie viele Subs muss ich jetzt schenken? 100 Ja, mach ich nicht Nee, mach ich nicht Gib mir das einfach Bar oder so Oder als Gold, Edel, Metall einfach Ja Ey Einfach du Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht Mit euch dieses Spiel zu spielen Ich wünsche, ich könnte dasselbe sagen Alles war echt witzig War echt cool Jetzt bin ich auch drin Jetzt verstehe ich das Spiel Ich verstehe das Spiel jetzt auch erst Ist ja auch gar nicht so schwer Dieses Spiel Ey, ganz gut An der Stelle Reza hat das Spiel schon gespielt Und hat trotzdem verloren Kai und ich Wollte zum ersten Mal Switch in der Hand gehabt Ja Ich wusste gar nicht, dass das Ding vibriert Du bist so klein Okay Hey guys Ihr seid kleine Ficker Ich bin sehr unzufrieden Wie das vorher war Du bist sour Du bist sour Aber ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Was für einen Geschmack Dampfst du jetzt eigentlich gerade, Ju? Ach so Fragt jetzt jemand im Chat Weil die fragen mich das immer Aber ich beantworte es nicht Wie schmeckt denn das? So schwarzer Tee Ah, okay Ja Ja Hast du früher geraucht Und bist umgestiegen, oder? Ich hab geraucht Dann bin ich umgestiegen Hab aufgehört Mit so einem Buch Endlich Nichtraucher War auch nicht schlecht Von LNK Dann bin ich auf einmal Shisha-süchtig geworden Hab gemerkt So nach einem Monat Alter, ist ja noch viel schlimmer Das sind ja wie 20 Packungen Ich hab raucht Dann kam die Bong-Phase Da hat immer Bong Sich Bong-Hits reingeballert Jedem Meeting Super anstrengend Ja, da war sehr viel Bong Bong Man nannte mich damals auch Julian Bong Zu der Zeit Julian Bong So ein Pornoname, oder? Julian Bong, Alter Julian Bong Julian Bong Julian Bong Ja, und dann bin ich auf Vape Und umgestiegen Aber ganz oft Da hab ich auch gar kein Nikotin drin Aber es ist einfach so Ich hab Bock zu dampfen Manchmal vergisst man das auch Manchmal auch gar nicht Bei dir hört man das kaum Ich hab so einen Kumpel Der hat so ein anderes Gerät Und der hört sich an Wie Darth Vader am Telefon Immer Wenn ich Hauptvideos drehe Bist du auch am Start Kaya Rezo muss ich nicht fragen Der ist ja auch rechtlich gesehen dabei Ich bin rechtlich gesehen dabei Ich bin rechtlich verpflichtet Oder was? Ja Was für eine Art von Videos Sind das denn? Julian Bong Sagt dir das was? Er möchte Kaya, er möchte Du halt so ganz weirden Shit drehen Er stellt sich dann immer So ganz weirde Gangbang Gangbang-Geschichten vor Ich sag dann immer Ja, mach ich gerne mit Ja, klar Aber ey, ich find's Im Grunde genommen immer anstrengend Das sind die anstrengendsten Drehtage Weil du musst die ganze Zeit Den harten behalten Hast du keine Fluff Girls? Aber ohne Girls halt Weil wird immer interessiert auf YouTube Und dann vielleicht noch einen Immer ohne Gnu, oder? Ja, bis nächsten Freitag, oder? Da finden wir was Neues Catch a Lover Oder ein Ratespiel Geil Bis dann Ciao Kuss geht raus Ciao Ciao Gewonnen, Freunde Ciao 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 Ciao